So, hier ist das nächste Video von meinem Reisetagebuch. Ich bin jetzt hier auf dem Pergint-Wägen. Ich hoffe, ihr hört mich einigermaßen, es ist ein bisschen windig. Ja, und das ist hier, was ich hier haben möchte. Ja, und ich bin auch nicht alleine, denn ich bin mit meinem norwegischen Freund Stein hier. Mit seiner Afrika-Twin. Er hat mich hier abgeholt, hierher gebracht. Ja, fahre ich total klasse von ihm. Ich freue mich sehr. Ja, und wir werden jetzt hier, also von da kommen wir, und wir werden jetzt hier lang fahren. Bis denn!